Herzlich Willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast. Anniversary! Anniversary! Heute haben wir ein ganz besonderes Video. Wir haben 300 Abonnenten! Ja gut, manche von euch werden vielleicht sagen, 300, naja, das ist ja nicht so viel. Aber wir sind für jeden Einzelnen von euch dankbar. So, man fängt ja irgendwie mal an. Die Kiki klickt Kanal-Community wächst. So, und weil ihr auch immer ganz fleißig kommentiert, vielen Dank dafür, sind das die Kiki klickt Kanal-Community-Kommentare. Einige von euch kommentieren sogar regelmäßig so, dass man fast das Gefühl hat, es entwickelt sich so ein kumpelhaftes Verhältnis. Also ihr seid die Kiki klickt Kanal-Community-Kommentarkumpel. Natürlich habt ihr auch eure eigenen Kanäle. Also die Kiki klickt Kanal-Community-Kommentarkumpel-Kanäle. Ja. Und wisst ihr, was wir auch manchmal machen? Wir gucken uns euren Content auch an. Das ist also der Kiki klickt Kanal-Community-Kommentarkumpel-Kanal-Content. Kumpel? Aha. Manche, ich habe gehört, auf Video laden ja auch manche Katzen-Videos hoch. Das sind also die Kiki klickt Kanal-Community-Kommentarkumpel-Kanal-Content-Katzen. Krass, oder? Soll ich dir auch sagen, wie krass das ist? Wie krass ist das denn bloß? Kiki klickt. Das ist Kiki klickt Kanal-Community-Kommentarkumpel-Kanal-Content-Katzen-Krass. So, jetzt bin ich fertig. Vielen Dank für eure Treue, für eure Abos, für eure Likes, für eure Kommentare. Was für Kommentare das sind, sag ich jetzt mal nicht. Und wir hoffen, dass ihr uns noch lange erhalten bleibt. Wir hoffen auch, dass wir euch noch lange unterhalten können. Und wir hoffen, dass wir uns beim nächsten Spiel wiedersehen. Und auf den Tausenden! Hui! Warte. Konfetti wieder einsammeln. Bis dann.